Hallo und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Heute zaubern wir zusammen richtig leckere Ofenfrikadellen. Dank Pemberit Chef kann ich das nämlich jetzt auch wieder vorbereiten, zubereiten, vorbereiten, zubereiten, denn ich habe wirklich, ich habe es ja schon öfters mal auch in Videos gesagt, ich mag es überhaupt nicht. Frikadellen, Würstchen, alles was spritzt in der Pfanne anzubraten. Das ist für mich echt, ich weiß nicht, ein rotes Tuch und ich muss auch sagen, ich mache es auch gar nicht. Und jetzt habe ich nämlich ausprobiert, die Frikadellen auf der Stoneware zu machen, denn der Vorteil der Stoneware im Gegensatz zu einem normalen Blech und der Grund, weshalb ich es auch nie gemacht habe, ist, dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass es zu trocken wird. Und dank der Stoneware können wir die Frikadellen einfach hier drauf machen. Die werden von außen schön kross und bleiben innen drin richtig schön saftig und das allerbeste, wir müssen es nicht wenden. Ihr könnt natürlich jedes herkömmliche Frikadellenrezept, was ihr sonst auch benutzt, zubereiten. Ich verwende heute das Rezept von meinem Schwesterherz. Das schmeckt nämlich super lecker und ich finde, ihre Frikadellen sind wirklich die besten und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für die Ofen Frikadellen benötigen wir nun 700 Gramm gehacktes, da habe ich einfach gemischtes. Dann benötigen wir zwei Eier der Größe M. Hier habe ich schon mal zwei Kartoffeln, die ich schon mal gerieben. Das waren bei mir in etwa so 106 Gramm. Dann zwei Zwiebeln in ganz feine Würfel gewürfelt. Das waren bei mir circa 140 Gramm. Dann benötigen wir noch zwei Esslöffel Senf, ein wenig Pfeffer, je nach Geschmack. Dann verwende ich außerdem noch anderthalb Teelöffel Salz und ich würze das Ganze noch ein bisschen mit einem Viertel Teelöffel Kreuzkümmel. Da ich ja jetzt alles auch schon so schön vorbereitet habe, vermischen wir jetzt einfach nur alle Zutaten miteinander und dann kneten wir das richtig gut durch. Wer das zum Beispiel lieber in der KitchenAid zum Beispiel machen will, kann da einfach den Knethaken benutzen. Da müsst ihr euch auch nicht die Hände voll machen oder ihr zieht einfach einen Handschuh an und so vermeidet ihr auch ekligen Hackfleischgeruch an den Händen. Bis zum nächsten Mal. Ich finde, das Auge ist immer mit und deswegen empfehle ich euch einfach immer gleich große Hackbällchen zu formen. Ich mache das jetzt mit dem großen Eisportionierer von Pampery Chef. Ich finde, das ist die perfekte Größe für mich und für uns sozusagen, weil ich eher so die mittleren, kleinen und Frikadellen mag. Wer aber große mag, kann es einfach mit der Hand so formen, wie es sonst auch formt. Ich mache jetzt mal eine Hälfte paniert und eine Hälfte unpaniert. Die einen wälze ich dann nochmal im Paniermehl und tue die oben drauf. Und dann ganz wichtig, geben wir von oben ein Klecks Butterschmalz drauf. Glaubt mir, es schmeckt wirklich viel, viel besser. Wir haben das letzte Mal auch extra getestet. Es ist einfach nochmal ein bisschen saftiger. Und ja, Fett ist halt auch ein Geschmacksträger. Und dadurch, dass wir ja sonst auch kein Fett haben und auch nicht von unten fetten, glaubt mir, probiert es mal aus mit einem Klecks Fett. Und jetzt wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad, Ober- und Unterhitze, wie immer in die unterste Einschubleiste für 30 bis 40 Minuten. Schaut einfach, wie euch der Bräunungsgrad gefällt und wie euer Backofen ist. Ich hoffe, das Rezept hat euch genauso gut gefallen wie uns. Ich hoffe, ihr hinterlasst mir einen Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar. Und das Rezept gibt es wie immer in vorder Länge auf meinem Blog. Meinen Shop verlinke ich euch auch unten, weil falls euch irgendwas von Pempery Chef und der Stonewall interessiert, könnt ihr gerne stöbern und schauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich hätte euch fast unterschlagen, zu sagen, was mir jetzt nun besser schmeckt mit Paniermüll oder ohne. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich finde beides sehr lecker. Und ich würde sagen, entscheidet einfach selbst, was euch am leckersten schmeckt. Also bis dann!